hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen horrorspiel und zwar escape the clinic wie spielt das heute mal an ich habe keine ahnung was das geht komischerweise also hier steht es geht die klinik und das spiel heißt auch so auf steam aber wenn meine spielaufnahme in ob es einfach escape office also ich weiß es nicht auf jeden fall drücken wir jetzt erstmal auf play okay wahrscheinlich okay okay be sure to look for clues was includes press any key man sieht absolut wenig geht das ist hier zum schleichen gedrückt halten ist für keine ahnung weil damit kuh kann ich irgendwas mit items machen und habe ich ein flash war wahrscheinlich nicht ich sehe gar nichts okay so kennt man das doch mal hier war was jux oh mein gott licht geil ist da eine person wo ja oder wenn ich gerade irgendwie us hier ja da ist eine person sieht aber jetzt nicht aus wie wenn sie sie steht doch nicht gegen uns sondern davor das heißt ich glaube dies nicht so böse okay frage ist sind wir in der klinik wo leute noch drin sind sage ich mal oder wo wo die halt verlassen ist wir haben so typisch ist alles irgendwie gelockt weil das wäre noch so typisch wenn irgendwie na ja egal ok 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 wieso sage ich die ganze ok was ist mit mir okay okay i hope you slept well after last night we are still waiting on you see you after you are done at the office also wahrscheinlich arbeiten wie hier weil sonst wäre es ja nicht irgendwie office so can't wait to spend the big day okay wieso ist da blut drauf aber da ist das kaffee mit zu diesem tassen ding wahrscheinlich eher oder ach so lol man kann das sogar noch so und man kann auch bewegen kann auch was man mit dem cursor machen kann aber egal wir wurden das wieder zurück da haben kein pc alter richtiger high end pc okay können wir jetzt raus natürlich nicht ist auch alles irgendwie gelockt können wir hier was zu machen die bewegt sich auch so ein bisschen ich glaube dass sowas wie eine mitarbeiterin glaube da müssen wir nicht angst haben okay lol ich habe gerade herausgefunden dass man hier springen kann jetzt können wir uns hier hinsetzen kann ich verstehe gar nichts auch hier eigentlich alles sind hier alle lockt bis auf das unterste das ist auch hier bei den büchern gibt es irgendwie nichts hat doch Lund und so was ist das passiert nicht ich drücke ihr und es passiert nicht wie also also Ah lol doch es kommt hier raus ja und was bringt mir das jetzt hey jetzt steht hier oben aber wenn ich use drücke ist es zu das Spiel ist weird das gefällt mir nicht ist jetzt hier was anderes die Frau weg wie soll ein bisschen um die ganze Zeit nicht wenn man es und wir waren nicht weiter bis auf ist natürlich unnötig Zeit verschwendet hier klopft irgendwie jemand die ganze Zeit man ist mir über Licht ist wichtig dann sind wir wahrscheinlich gezwungen hier runter zu gehen es ist sehr sehr dunkel ich sehe fast nix hier ist offen die Mütz und Blumen und jetzt mal zu wenn ich zu mir kommen nicht hier es ist nie doch ich denke gibt es nicht mehr Informationen ist hier irgendwas die sich auch nicht so aus ist hier was drin also doch so was drin aber nichts was uns direkt Alter nichts was uns direkt auffällt wollte ich sagen ja moin ja moin würdest du noch meinen Namen würdest du noch meinen Namen wenn ich dir gesagt habe würdest du meinen Gesicht erinnern ich weiß gar nicht dein erstes Name nur dein Titel jetzt okay also irgendjemand hat obviously die Tür geschlossen die ist jetzt auch so ich hab sie doch überall offen gelassen oder okay hier gehts ja nur noch weiter runter okay aber unten brennt Licht das ist ja schon mal ganz sympat die Treppen sind übel komisch da guckte immer so runter ich kann weiß nicht was los ist keine Ahnung was ich hab wahrscheinlich die Rezeption oder so da ist es all so dunkel hier ist doch irgendwas aber ich erkenne nicht was Blut oder so Ohrbruch einfach okay die Tüße lockt schon mal dann gehen wir weiter ganz komische so okay dass wieder ein Zettel hier ist sonst nix okay hä guck mal wenn ich auf Reed gehe es passiert irgendwie einfach nix okay ich code für eine Tür du kennst du, ich liebe immer immer Blut außer wirklich blut eine Blut eine gleiche Flut als die Tür jede Wohnung in Ordnung jede Bandel ein Nummer wow oh ich dachte gerade Licht ist aus wobei war es nur das E das ich gedrückt habe okay aber das macht Sinn okay also erste Zahl ist 1,2,3 ja 3 halt ich kenne beide die Zahlen nicht ey ich muss auf dem zweiten Monitor gucken ah okay 3 ja was hier noch 3 Zimmer vielleicht muss ich nur 3 eingeben okay 1,2,3 wieder ey dieses Quitsch ist ganz schlimm 3,3 1 okay das heißt 1 so muss ich doch Enter drücken irgendwo wo ist die Enter Taste die hier denied ach scheiße 1,2,3 ich bin nicht dumm Müll ist auch nix ja ich gebe es einfach nochmal ein perfekt die ist jetzt weg nice jeder Raum in Reiherfolge jedes Bundel ist jedes Bundel eine andere Nummer aber ne der kann ja auch nicht sein ne da ist ja irgendwie nix dran oder so es kann doch nicht so schwierig sein alter ich gucke jetzt mal ganz kurz auf dem Steam Forum ob da irgendwas ist ey oh mein Gott die sagen im zweiten Raum ist ein viertes warte welches ist das das hier ist der vierte Raum hä bin ich komplett bin 1,2 hier hinten ist ja nix Leute ich kann durch die Tür gehen let's go im Müll ist auch nix 1,2 drunter ist nichts können wir noch nicht erzählen dass die schon vorher da war als ob bin ich denn so behindert alter ja nice ja dann sind es halt vier jetzt alle nein gut ja wir machen auf hier 2,1 let's go als ob ach komm das ist doch so ein Scherz wow was hat mir das jetzt gebracht jetzt hab ich das Licht ausgemacht irgendwie hä ne jetzt hab ich's angemacht scheinbar ich bin ziemlich verwirrt actually aber egal jetzt geht's vielleicht weiter oh Leute da waren ja da waren ja Leute okay das kam jetzt unerwartet ey was ist das denn jetzt hier man alter ist in meinem Büro irgendwas passiert ne hier schon mal alles beim alten zu sein ja die diese Frau ist ja auch jetzt weg alter ich würde sagen ich stehe mal ganz runter hier sitzt bestimmt auch ah da sitzt sie jetzt nämlich hab ne Frage gehabt okay ich weiß auch nicht irgendwie also es knopft die ganze Zeit jemand das macht mich verrückt das ist ganz ganz komisch alter das ist auch geile Konstruktion alter er geht einfach in die Wand auf let's go ah hier ist ein Schlüssel der war bestimmt vorher noch nicht hier Drawer Key was ist denn Drawer wieso liegt hier eigentlich ein Stuhl rum das ist auch ein bisschen suspicious ah hier ist auch noch nicht okay hier ist der Scheinbar einfach zu man kommt einfach nicht durch ich weiß nicht wieso aber das ist Nebensache erstes mal was muss man überhaupt machen ansonsten schaue ich einfach wieder im Wiki nach wenn ich also beziehungsweise im Walkthrough wenn ich einfach zu dumm bin wie normal oh mein Gott man muss ja hier so gut gucken alter das ist ganz schlimm ganz schlimm ich habe jetzt nochmal nachgeguckt weil ich es einfach nicht gefunden habe und scheinbar ist in diesen Rohren eigentlich eine Keycard ich muss wirklich über den zweiten Monitor gucken weil ich es einfach besser sehe ich muss jetzt die Kamera nochmal kurz neu starten aber man sieht jetzt hier da ist auf jeden Fall was ne Keycard aber ich kann die nicht nehmen und ich sehe die auch auf meinem Monitor hier einfach gar nicht vielleicht soll ich die mal ein bisschen heller machen warte kurz so jetzt sehe ich schon ein bisschen mehr tatsächlich boah ist wirklich geil okay scheinbar können wir den Key einfach nicht getten halt irgendwie also auch nicht oh mein Gott hier habe ich ja gar nichts gesehen scheiße man you are always a fan of number games I hate them boah ich auch 10 is 5 more than 1 also 10 ist 5 mehr als 1 das heißt das eine ist 500 is 8 less than 10 wo kann man denn jetzt noch einen Code eingeben laut dem Wiki sollte jetzt wenn wir diese Notiz angeschaut haben hier oben eine Karte ja aber irgendwo muss man vorher einen Code eingeben aber der einzige Ort wo ich einen Code eingeben kann ist ja unten also hier aber hier seht ihr ich kann nichts mehr eingeben ach so oh mein Gott das Padlock habe ich auch nicht gesehen oh mein Gott der Code war scheinbar 194 ah keine Ahnung wie man auf diesen Zahlenkombinationscode Ding kommen soll aber naja ist jetzt auch egal okay wir müssen da jetzt drehen warum auch immer okay dann geht jetzt hier Wasser wieder ja perfekt jetzt läuft das hier ach so aber jetzt ist die Kicker natürlich runtergefallen genau hier Security Code okay okay das heißt wir können jetzt endlich hier rein ja let's go okay okay das war ein komisches Sound jetzt sind wir hier ja jetzt sind wir hier ah hier können wir jetzt auch noch oh guck was ist denn da ah das sind Spritzen okay nein guck da ist ein Key Drawer Key schon wieder hä haben wir doch vorhin schon aufgesammelt oder okay oh 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 boah das hätte jetzt echt nicht äh sein müssen hier ist die jetzt noch hier hallo ne die ist weg okay das ist die Maus irgendwie höher ich verstehe es nicht okay können wir jetzt hier Exit bitte ne okay jetzt sind wir wieder hier an dem Punkt wo man nicht mehr weiter weiß ja Bruder wie soll man denn da wieder raufkommen man muss extrem nachschauen in diesem Fall sollte man jetzt irgendwo bei einem Nachttisch von dem Bett don't ask me wo bei welchem Nachttisch hier aller kann man irgendwo jetzt schon mal aufmachen ach kann ich jetzt hier ach oh mein Gott ja wenn ich das gewusst hätte oh warte an diesem Büchern ist doch bestimmt irgendwas dran so ne okay an dem nicht an dem an dem an dem an dem oder hinten ist Use achso das war jetzt die Schublade okay jetzt haben wir noch eine Notiz wieder mal okay what you need is where you would keep the best whiskey surrounded by deadwood underneath the pages okay wir haben aber hier noch eine Schublade was steht denn hier da ist irgendwie eine alterne Box okay dann hier ist wieder irgendwas anderes ähm 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 my greatest mistake ähm ähm Password is our big day 333 333 hm ja wie lohnt man kann ein Versuch ist es ja wert hm 333 3 ne schau mal falsch hm wie soll man mann wie soll ich denn jetzt schon wieder auf diese Kombination kommen alter what the fuck aber das ist hier wegen drei Büchern irgendwie a la schrägert mich eh ok oh come on ok warte mal das werde ich jetzt nochmal überprüfen Bruder das kannst du ja nicht lesen also der Code ist da dieses Wann ich kann auch hier mit dem Cursor ne geht nicht sieht man man sieht ihn irgendwie nicht okay egal auf jeden Fall man sieht ihn dort über seinem Gesicht da ist so eine Nummer irgendwie 2 14 19 kann das sein ich sie es nicht richtig und jetzt soll man scheinbar einfach 2 4 9 nehmen oder also ich habe jetzt noch nicht die finale Zahl geguckt ja aber ich habe gesehen dass dort halt was ist 2 4 9 was hier 2 4 9 hä bin ich dumm 2 1 4 ist der Code ok ja wow wegen den ersten 2 hä aber das mein Gott hä alter 1 2 4 4 wie bist du mich verarschen hä wieso funktioniert das jetzt nicht ach so 2 1 4 ach ja mon alter come on dann verkack ich noch so alter mein Gott ok dann äh ja kann ich das jetzt auch machen ach so jetzt ok was ist das für ein Key jetzt warte nicht hier oh finally Boi oh 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 mein Gott alter mir schrocken oh alter mein Gott jetzt geht es hier hallo wieso bist du jetzt drin ja perfekt perfekt doch hier ok ich kann nicht ich kann nicht jumpen jump jump achso hier lol let's go es klingt wie 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 gleich slenderman wenn wenn diese wenn er dich halt hat und jetzt ja bin ich tot über dieses jump jump ok ja also schaut mal ist das das ende vom spiel vermutlich mal Leute wenn es euch gefallen hat lasst doch ein like und ein abender schreibt mal in die kommentare wie das spiel fandet und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal Leute tschüssi